Nee, das nicht, das nicht. Ich mach mir eher Sorgen um die Traktion. Ja, die Traktion ist da. Ja, ich denk halt immer 2,3 Tonnen plus Passagiere, ne? Ja, ja. Und Allrad. Wenn der absegelt, dann segelt er ab. Ja, ja. Aber jetzt ist es noch okay. Mein Funde natürlich sind okay in Ordnung. Wir haben zwar einen Verkehr hier. So, wie viel geht das Auto jetzt? 2,3. Also mit uns drin wahrscheinlich 2,4. Okay. Ich darf auch noch forschen.